So, hier haben wir mal als erstes Fluval Cycle. Das ist ein biologischer Wasseraufbereiter bzw. Starterbakterien zum Einfahren von Aquarien. Das einmal. Dann haben wir Fluval Aqua Plus. Das ist ein ganz normaler Wasseraufbereiter, der unter anderem Chlorakupfer und ähnliches bindet, was im Wasser sein kann. Und dann noch Fluval Waste Control. Das ist zur regelwesentliche Pflege von Aquarien. Kann Mulm zum Beispiel auch reduzieren. Ist auch ein Bakterienprodukt. Und dann haben wir noch ein paar Tools. Und was ich bei Fluval extrem schön finde, dass die Sachen schwarz sind. Ich bin ja ein Fan von schwarzen Werkzeugen, schwarzen Messern. Sieht schon cool aus. Das ist einmal eine geschwungene Schere, eine schwarze Pinzette. Und zu guter Letzt habe ich auch endlich mal, ich alter Aquascaper, nicht oder vielleicht in Zukunft, einen Standflattener. Einen kleinen Schmachtel, womit mal schön Kies, Säulen, ähnliches verteilen kann, dass ich es nicht mehr so mit den Pinzetten oder mit den Fingern machen muss. Sehr schön. Die Sachen sind unter anderem, beziehungsweise hauptsächlich erstmal für das Becken, was hier drüben steht.